Herzlich willkommen zum e-Tutorial zum Thema E-Book-Zugriff für Nicht-FAU-Angehörige. Im Katalog der Universitätsbibliothek finden Sie neben gedruckten Büchern und Zeitschriften auch zahlreiche E-Books. Bei der Suche nach elektronischen Medien können Sie einen beliebigen Abholort auswählen. Wir zeigen das hier an einem Beispiel. In der Trefferliste erkennen Sie E-Books am entsprechenden Icon. Am rechten Seitenrand sehen Sie Ihre aktuelle IP-Adresse und Informationen zu Ihren Zugriffsmöglichkeiten. Wenn Sie sich an einem Internet-Arbeitsplatz der Universität befinden, gelangen Sie über den Button Volltext direkt zur lizenzierten Online-Version auf der Homepage des Anbieters. Dort können Sie einzelne Kapitel oder das komplette Buch lesen. In den meisten Fällen ist auch ein Download möglich. Ob der Zugriff von außerhalb der Bibliotheksräume möglich ist, hängt von der Lizenzvereinbarung ab, die die Bibliothek mit dem Anbieter getroffen hat. Beachten Sie, dass nur bei Büchern, die mit Volltext-Symbol im Katalog verzeichnet sind, ein gesicherter Zugang zum Text besteht. Nicht immer ist das gesamte Verlagsprogramm zugänglich. Bei unserem Beispiel handelt es sich um ein E-Book des Springer-Verlages. Obwohl im Katalog als Volltext markiert, erhalten Sie außerhalb des Universitätsnetzes nur ein Kaufangebot. Der direkte Weg über den Katalog ist jedoch nicht die einzige Zugriffsmöglichkeit. Im Datenbank-Informationssystem DEBIS finden Sie eine Liste aller E-Book-Anbieter. Mit dem gelben E sind alle Anbieter markiert, die einen externen Zugang gestatten. Springer-Link ist eine der Plattformen, auf denen dies möglich ist. Die Detailansicht bietet Ihnen nun neben dem regulären Link auch eine alternative Start-URL für den externen Zugriff. Hier können Sie sich mit der Eingabe Ihrer Bibliotheksnummer und Ihres Passwortes identifizieren und erhalten Zugang zum Angebot elektronischer Bücher. Haben Sie sich den gewünschten Buchtitel gemerkt? Suchen Sie auf der Homepage des Anbieters erneut danach. Sie erhalten nun auch außerhalb unserer Räumlichkeiten Zugang zu den Inhalten. Downloads sind hiermit ebenfalls im Rahmen der Lizenzvereinbarungen möglich. Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Online-Auskunft jederzeit zur Verfügung.